Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Sendung von Ideas TV. Von seinem Tief am 7. März hat sich der DAX zwischenzeitlich gut erholt. Seitdem konnte er um 17 Prozent zulegen, doch die Kurserholung gerät so langsam ins Stocken. Börsianer fragen sich daher, wie nachhaltig die Rallye der vergangenen vier Wochen ist und welche Argumente es für weiter steigende Kurse, aber auch für fallende Kurse gibt. Und genau darüber sprechen wir heute mit dem Chefanlagestrategen der Commerzbank. Hallo Herr Schickentanz. Hallo Herr Kesselhut. Da beginnen wir zunächst mit den Faktoren, die die Märkte stützen zurzeit. Welche sind das? Wenn man sich grundsätzlich anschaut, Sie haben das ja sehr eindrucksvoll erwähnt, diese Kurserholung in den letzten vier Wochen. Da muss man feststellen, dass trotz dieser Kurserholung sich die fundamentalen Rahmendaten eher eingetrübt haben. Nichtsdestotrotz sind wir der festen Überzeugung, dass der April ein guter Börsenmonat werden könnte. Und neben einigen technischen und taktischen Indikatoren spricht da insbesondere die beginnende Dividendensaison für. Wenn wir uns mal anschauen, was die DAX-Unternehmen in diesem Jahr ausschütten, dann sind wir da auf einem absoluten Rekordniveau. 50 Milliarden Euro an Dividenden werden in den kommenden Wochen an die Anleger zurückfließen. Damit haben wir sozusagen die Tristesse der zwei Pandemiejahre hinter uns gelassen. Natürlich muss ich im Hinterkopf behalten, dass der DAX von 30 auf 40 Unternehmen aufgestockt wurde, sodass hier natürlich ein Sondereffekt enthalten ist. Aber selbst wenn ich den bereinige, sind wir auf einem Rekordniveau. Und das ist etwas, was die Kursentwicklung grundsätzlich stützen dürfte. Man sieht auch in der Saisonalität, dass der April üblicherweise der beste Börsenmonat in einem Jahresverlauf ist. Von daher von der Seite her sehr kurzfristig betrachtet noch positive Vorzeichen. Ein wichtiger Faktor sind ja nicht nur die aktuellen Gewinne, sondern auch die Gewinnerwartungen. Wie sieht es denn hier aus? Da sind wir ehrlicherweise skeptisch und da haben sich unsere Sorgenfalten in den letzten Wochen auch ein Stück weit vertieft. Warum? Wir gehen nicht mehr davon aus, dass wir in 2022 ein positives Gewinnwachstum sehen werden. Wir rechnen zum Beispiel für die DAX-Konzerne eher mit 5 Prozent niedrigeren Gewinnausweisen als im Vorjahr. Der Hintergrund liegt insbesondere an den deutlich gestiegenen Rohstoffpreisen, die auf die Gewinnmargen drücken. Aber auch an dem ein oder anderen weltwirtschaftlichen Sorgenkind. Denken Sie an China. Die Zero-Covid-Strategie sorgt dafür, dass sich das Wachstum in China doch deutlicher verlangsamt hat. Die Analysten, das sehen Sie hier in der Abbildung, die sind aber nach wie vor sehr, sehr optimistisch. Wir sehen in den letzten Monaten sehr stabile bis leicht steigende Gewinnerwartungen im Analystenkonsens für 2022 und 2023. Und da dürfte, glaube ich, in den kommenden Wochen die ein oder andere Ernüchterung zu Buche schlagen, die dann dazu führt, dass der Analystenkonsens sich an unsere Erwartungen anpasst. Sprich, es wird ein bisschen ruppiger an den Börsen. Ein weiterer Faktor sind ja auch die steigenden Zinsen, die wohl für ein tieferes Bewertungsniveau insgesamt sorgen könnten. Was ist Ihre Einschätzung? Sind diese Kurse oder diese Abschläge schon bereits enthalten aktuell oder droht hier weiteres Abwärtspotenzial? Ich glaube, das muss man sehr differenziert betrachten nach Regionen. In den USA sehen wir immer noch sehr, sehr hohe Bewertungsniveaus, auch im historischen Kontext. Da ist der schnelle Zinserhöhungszyklus, den wir von der US-amerikanischen Notenbank erwarten, noch nicht vollständig eingepreist. Sprich, hier sehen wir tatsächlich mittelfristig Risiken, dass die Bewertungsrelationen nochmal ein Stück zurückkommen. In Europa sieht es auf der Seite ein Stück weit entspannter aus. Da sind über die letzten Monate die Kurse viel langsamer gestiegen, als die Unternehmensgewinne gewachsen sind, sodass wir hier tatsächlich eine Normalisierung der Bewertungsrelationen gesehen haben. Wir haben uns tatsächlich mal den DAX in verschiedenen Szenarien angeguckt. Und was man eben feststellt ist, wenn wir, wie erwartet, eine konjunkturelle Stabilisierung bekommen, dann sind wir in der aktuellen Bewertungsspanne sehr, sehr gut und ja auch vernünftig unterstützt. Aber es gibt natürlich das Risiko, dass aus der Wachstumsschwäche, die wir derzeit sehen, vielleicht doch eine globale Rezession werden könnte, entweder mild oder sogar ausgeprägt. Und dann hätten wir auch bei den Bewertungsrelationen im DAX noch ein Stück weit Abwärtspotenzial. Vielleicht ganz kurz für Anleger, was mache ich jetzt mit dieser Information? Sollte ich tiefe Kurse eher zum Einstieg nutzen oder hohe Kurse zum Ausstieg? Wir würden tatsächlich mit Blick auf die kommenden Wochen eher ein Stück weit vorsichtiger werden und vielleicht auch mal die ein oder andere Position mitnehmen. Was sich auch anbietet, ist natürlich die erwartet hohe Volatilität zu nutzen, um damit eben auch aktiv, vielleicht auch ein Stück weit tradingorientiert im Portfolio umzugehen. Und eine wichtige Empfehlung, Rohstoffe beimischen, also nicht nur alles auf die Aktie setzen. Vielen Dank, Herr Schickentanz, für Ihre Einschätzung. Ihnen, liebe Zuschauer, vielen Dank für Ihr Interesse. Ich würde mich freuen, wenn Sie in der kommenden Woche mit dabei sind. Dann mit Daniel Saurentz von Feingold Research. Bis dahin, machen Sie es gut. Auf Wiederschauen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017